Verblüffend, Janni und Bär posten intimes Trovac-Pick Janni Hönscheid, 27, und Bär Kusmag, 42, im Wandel der Zeit. Anfang August des vergangenen Jahres wurden die Profisurferin und der Moderator zum ersten Mal Mama und Papa. Sohnemann Emil Ozean, nach der Liebe seiner Eltern zum Element Wasser benannt, bestimmt seitdem und Alltag. Wie genau sich das verlobte Bärchen seit der Schwangerschaft verändert hat, teilte es jetzt mit seinen Fans. Gerade erst verbrachte die kleine Familie einen aktionreichen Urlaub auf Korsika. Auf dem Weg zurück nach Deutschland statteten die Naturliebhaber aber zufällig auch einem ganz besonderen Ort an der Kote dazu einen Besuch ab. In Nixen-Provinz sind wir an dieser wundervollen Tür vorbeigelaufen und haben uns erinnert, dass wir genau an dieser Stelle das letzte Jahr schon ein Foto gemacht haben, verriet auf Instagram. Damals sei die Sportlerin noch im achten Monat schwanger gewesen. Und, was hat sich seitdem verändert? Lange Kleider und offene Haare gegen Dutt und einen Zylinder, der zu Hause bleiben musste, weil ihn total zerstört hat, erklärte die stolze Mama die Abweichungen zwischen dem alten und dem aktuellen Foto. Ein Unterschied, der wohl am meisten ins Auge springt, trägt nicht mehr im Bauch, sondern in ihren Armen. Der TV-Star finde es verblüffend, solche Bilder zu vergleichen. Die spirituell veranlagte Wahl-Berlinerin würde manchmal gerne in die Zukunft blicken und sehen wollen, was sich dort noch alles verändern werde. Das Leben ist so spannend, wenn man an diese Magie glaubt, die uns schon hierher gebracht hat, zu dritt, ohne, dass wir das jemals erwartet hätten, beschrieb sie den besonderen Moment. Das Leben ist so spannend, wenn man an diese Magie glaubt, dass wir das jemals erwähnt haben, dass wir das jemals erwähnt haben, dass wir das jemals erwähnt haben.